Was geht ab, liebe Sportsfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Verlängerungen, Leute, es sieht so aus, als ob die Zukunft von Lionel Messi allgemein noch ungeklärt ist, aber es wird davon ausgegangen, dass Messi die Entscheidung für sich selbst auf jeden Fall schon getroffen hat. Und der Vertrag des sechsmaligen Weltfußballers bei Barca läuft am Saisonende aus. Und dieses Wochenende am Samstag trifft FC Barcelona im Pokalfinale auf Athletic Bilbao. Es könnte also das letzte Finale für Lionel Messi im Trikot der Katalanen sein. Das ist, wie gesagt, heute um 21.30 Uhr. Ich bin sehr gespannt. Und ihr könnt mir ja mal an dieser Stelle eure Voraussagen für dieses Spiel gerne in die Kommentare schreiben. Und laut Andoni Subisareta, der von 86 bis 94 das Tor des FC Barcelona gehütet hat und von 2010 bis 2015 sportlicher Leiter des Klubs war, weiß Messi nämlich bereits, wie es für ihn weitergeht. Und er sagte, dass er Messi gut kennt und er sagte, es gibt viele Dinge, die zu seiner Entscheidungsfindung beitragen. Aber das alles summiert sich dann und er denkt, dass Messi seine Entscheidung bereits mehr oder weniger getroffen hat. Der Ausgang des Pokalfinales kann das eventuell noch bestätigen. Aber ich glaube nicht, dass das noch eine große Rolle spielen wird. Und da kann man vielleicht so ein bisschen darauf hindeuten, dass Messi vielleicht bleiben wird. Und vor allem, wenn sie das Pokalfinale gewinnen, dann wird er auf jeden Fall bei Barca bleiben. Dann haben sie auf jeden Fall safe was gewonnen dieses Jahr. Die CL ja nicht, aber die Liga steht ja auch noch aus. Und wenn sie das Pokalfinale verlieren und Barca dieses Jahr nichts holt, kann das eventuell auch ausschlaggebend für einen Messi-Wechsel sein. Aber der Ex-Keeper hat weiter gesagt, dass Messi natürlich das Recht hat, selbst zu entscheiden. Und dass er bereits gesagt hat, dass er alles tun wird, um Messi zu halten. Aber wie er sich entscheiden sollte, der FC Barcelona wird natürlich weitermachen. Und eventuell wird dann ein anderer Spieler das Trikot mit der Nummer 10 bekommen. Und ebenfalls hat zum Beispiel auch Pochettino ein heißes Messi-Gerücht in die Welt gesetzt, dass er eventuell mit Messi Gespräche hatte, dass irgendwas bei PSG mit Messi passiert. Und das wäre natürlich auch ein Kracher. Wie gesagt, Neymar spielt bei PSG und Messi wirbt für Neymar bei FC Barcelona. Und ich denke, Neymar wirbt bei PSG für ein Lionel Messi. Das wäre ein sehr, sehr nicer Wechsel. Wäre auch mal was anderes, aber viele wollen natürlich, dass Messi bei Barca bleibt. Und ich denke, das ist auch persönlich meiner Meinung nach die wahrscheinlichste Variante. Aber eure Meinung zu dem Thema würde mich gerne interessieren. Ansonsten bin ich raus. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung.